Ich werde dich hier, Nimue's Rage machen. Also sollten wir nicht zu weit rangehen, was aber auch nicht so schlimm ist, weil irgendwie treffe ich den auch von irgendwie hier in den Kilometer Entfernung. Ist das alles, was er drauf hat? Das wäre jetzt aber ein bisschen wenig, oder? Bis jetzt stehe ich eigentlich einfach nur hier und schlag zu und ja. Mehr mache ich gerade eigentlich nicht. Ich kann mal synchronisieren, aber ansonsten... Ich werde hier sein! Du kannst nicht schlafen! Hold on tight! Nichts geht! Get up! Ich kann es nehmen! Wie geht das? Eat das! gott! Uuua! Autsch! Ich kümmere mich auch mal um die Typen hier, weil die nerven. So. So, das sind die erstmal weg. Und jetzt machen wir bei dem hier weiter. So. 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 Es ist schwer so jetzt nicht, ne? Ich mein, ich bin wahrscheinlich auch Ike überlevelt jetzt, aber... Ich mein, das sind jetzt 8-Level-Unterschiede, aber trotzdem... Also ein harter Gegner sieht jetzt anders aus, ne? Ich hatte eigentlich nicht gehofft, dass ich ihn zum Schwanken bringen kann. Was aber nicht so funktioniert, glaub ich. Ah, schade. Ich dachte, ich kann noch über 150, aber nö. Ich dachte, ich habe eine großartige Idee. Was ich wundere? Ich dachte, ich habe eine großartige Idee. Ich dachte, ich habe eine großartige Idee. Das ist mir zu heiß jetzt hier, dass ich dann gleich über die 100 Punkte komme, deshalb... Ah, schade. Schade, wieder unter 150. Ich habe eine Idee. Alles klar. Schade. 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 Bl �istent. Schade. 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 Ich werde meine Fragen zu finden. Ich hatte heute noch... mich weiß ich natürlicht. Wer hat auch nichts laser敵? Bei deinem Angriff, Wahnsinn. Dabei hatte ich bei der Angriffskette nicht mal über 100.000 Schaden. Kommando, Assurd! Please! Please stop this now! Taiwan! Komm schon! Was ist das? So, warum gibt es das für mich? Nicht, dass ich so viel Zeit habe, aber so will ich. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Wie ist das hier? Was ist das hier? Was ist eine Illusion? Was ist eine Illusion? Ich werde dir ein Illusion! Ich werde dich wegnehmen! Du und all deine Rustlinge Phantoms! Intense! Ich kann nicht gegen das! Wenn Tion die Form der Oroboros macht, kann ich auch! Lanz! Komm mit mir! Du bist verrückt! Es ist vorbei! Tion! Tion! All of euch! Ich werde diese Kräfte legen auf jemanden! Quick, Lanz! Get off me! Hatschung bei der Hero! Come on! You're trying to protect you! Just stop it! No more arguing! Zane! Why a hell? You're gonna hit something or not! I'm here, dude! We haven't met before! Halfway! 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 Unaccepterbar! Alle péren! Die Flamme-Clock! Die Flamme-Clock! Die Flamme-Clock! Wenn die Flamme-Clocken kommt, nicht fliehen! Mach das alles, für die größte Gute! Die Flamme nicht denken, sie sprechen nicht zu mir. Sie sind bereit zu schreien. Stop schreien, Lads! Es wird nicht alles verändern! Ich war auf der Rang, in alle die Tränen in unsere Hörer hier, und niemand sieht uns. Ist das warum du hier bist? Für Resifiziere? Das ist das Problem. Ist das warum du hier bist? Für eine Kommendation? Die Flamme-Clock! Das ist das好了, und zwar zu dem Rang! Die Flamme-Clock! Die Flamme-Clock! Das war's für heute. 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 Noa? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Noa? Noa? You're... You're alive. You're alive. Was I alive? Of course not. I did die on that day. You're alive. And I'll go... And refashion them into my very own mud puppets. Mud puppets? Refashion my wings? No, not yet. I could... I don't want to die. I told you we shouldn't have come here. You just have to... You just have to make me... This is awful. Why are we the ones... You have to fight. You have to fight. The body may be mud, but their minds are the real deal. But without hearts, they're pretty quick to tell you what's on their minds. Gah! Jorunn. To be honest... These nobodies are beneath me. Noa? Uni? Or Lanz? You'd make good puppets! What profound and clear-sighted words would your cold lips utter? I've so wished to hear. Why did you have to go and become Ouroboros? Hm? Lorn! You would never like this! What did they do to you? What do you think you knew of me? You didn't know anything. I am only myself, Uni. The realest, truest me. I don't need to hide anymore. I can finally be me. Becoming Mobius? Best thing that ever happened to me. I want you to feel it. Feel the joy I feel. Feel my absolute elation! Becoming! 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 Vielen Dank.